Ja genau, und da in der Nähe von Boch habe ich da ein Meter langes Nie-Ruster reingesteckt und ein Kabel daran befestigt. Genau, ich glaube da in der Nähe von Boch haben wir sicher die besseren Ehrungseigenschaften. Und das Kabel rennt dann da entlang. Und dann da beim Fenster hinein. Das ist alles nur profesorisch, ich werde das noch ein wenig besser machen. Ich habe jetzt echt vor, dass ich das einmal für einige Zeit lang durchziehe. So schaut das so aus. Da geht das Erdungskabel rein beim Fenster. Da ist die Rollen. Da ist sie angehängt mit Krokoklemmen. Und die Krokoklemmen sind angehängt bei einem Schneckenband, das ich auf so eine Mullbinde aufgepickt habe. Und da liege ich dann einfach oben und schlafe. Und die erste Nacht, ja, nicht wirklich irgendwas gemerkt, aber ich habe gut geschlafen, wirklich gut geschlafen. Mal schauen, ich halte euch auf den Laufenden. Mal schauen, ich habe das gemacht.